Passport. Dass man die Leute immer an alles erinnern muss. Passport. Passport. Das ist aber halt einfach nur bla, weil ohne Passport kein Eintritt. Die Pantone. 14 Tage. Das passt auch. Das ist auch noch gültig. Les Renaudi, Republiant. Schauen wir doch mal. Okay. Man freut sich ja mittlerweile schon, wenn nochmal alles richtig ist. Ja, ich habe mein Mikrofon etwas dann lauter gestellt. Ich hoffe, man hört mich jetzt auch durchgängig. Na, komm. Das ist okay. Shady Safari. 83, 82. Die Nummern passen auch. Gute ich hier. Haha. Da hätte ich mich ja fast reinlegen lassen. So muss das auch passen. Jetzt schwöre ich doch mal. Ich hoffe, da ist jetzt keine Waffe dabei. Ich hoffe, der springt sich nicht in die Luft. Was ist das denn? Was ist das denn? Sind das Sprengsätze? Was ist das denn? Ich habe nur die Medizin. Tschüss. Hier wird sich jetzt richtig beschimpft. Er ist ja meine, dass das irgendwelche Tabletten Medizin sind, aber... Nein. Immigranten. Forever. Wie spricht man es aus? Jiiiiiii. Hiiii. Shibovsk? Oh Gott. Ja, gut. 83, 82. Meine Zeit läuft mir auch wieder davon. Glorian. Antegria. Schauen wir mal. Antegria. Glorian. Glorian ist okay. Hm. Ja. Ich kann aber nicht alle durchsuchen. Bei einigen würde ich es gerne machen. Weiß auch nicht. Nein. Ne, wer lädt Alina? Ach du Scheiße. Okay, jetzt habe ich meine zwei Verwarnungen bekommen. Jetzt muss ich aufpassen. Siddica, Farsana, 84, 82, Transit, True Glorian. Hä? Ja doch. Tadum. Tadum. Nein. Schade. Feierabend. Schade war das im Ordentum. Nein. Scheiße, rejected. Jetzt ist Medizin. Ja, jetzt ist die kalt und hungrig. Und krank ist er auch noch. Ich habe kein Geld. Hm, mm, mm. Das heißt, ich kippe die Medizin und so, ja, ja, ich gebe das auch noch mit. Ich werde es mit Leertaste. Die Kollegen meckern jetzt darüber, dass sie durchsucht werden. 30. November, der Monat ist ja fast um. Okay, heute kommt ein Diplomat und wir dürfen nicht mehr durchsuchen. Diplomat requires only a passport and a valid diplomatic authorization to enter. Okay. Glory to Astoczka. Also Waffen nicht, aber wir dürfen halt auch nicht einfach die Kröle hier aus Prinzip durchsuchen. Herr Politik. Was? Oh, da kommt schon der erste Diplomat. Astoczka. Nummer passt auch. Das passt auch alles. Ja, gut. Dann... Ist das jetzt so? Ich habe gerade so schön gesehen hier die Steam-Einblendung Left 4 Dead. Ich habe hier gespielt mit 2H Pro. Sehr lustige Sache. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Äh... Einen Monat? Hä? Hä? Republiar? Sechs... Sechs Monate? Warte, du hast gerade gesagt, du bleibst einen Monat. Ah, jetzt kann ich mit Leertaste einfach... Denk jetzt ein bisschen schneller. Muss nur nicht erst in die Ecke klicken. Kann man sich aber auch sparen, dieses... Davor das Geld auszugeben. Muss also nicht unbedingt sein. Vielleicht kann man dann später mehr ab... Äh... servieren. Oh. Gubliar. Das läuft alles so glatt im Moment. Post. Muss in dieser ganzen Zettelwirtschaft jetzt erstmal gucken, was sie eigentlich davon noch bekommt. So. Next. Er schon wieder. Hey, it's me. Are you happy to see? I have everything you ask. Ähm... Nope. Das ist nicht das Richtige. Immer noch nicht. Und zwar... Ist das kein Entry Permit? Secrets are no longer accepted. Hey, no! Guy sold me tickets. Say it's good. You check again, maybe. Nope. Ach, ja. Tut mir auch leid, aber... Do not come back again. Haha. You nice guy, but I have business in Asztauska. I get right papers to come and come see you. Papers, please. Das Foto ist aber noch komplett anders. I mean, for 30 days. Einen Monat. Passt schon. Yes, I've been cruel. Ja... My fingerprint. Ansonsten... Is this okay? No. Das ist nicht das gleiche. Das sind nicht die gleichen Fingerabdrücke. Den hast du schön geklaut. Geh weg. Raus aus meinem Checkpoint. Huch. The order awaits. It's sick. Common tracks. Ja, es gibt hier irgendwie so einen Geheimbund, der einem immer mal irgendwas komisches zusteckt. Und man kann das tun, was die möchten. Oder... Man bleibt treu. Glory to Asztauska. Ne? Ähm... Giovanni Castaldo. Ja. 12. Collegia. Fühlt gut aus. Mhm. Und je nachdem... Ähm... Es gibt halt am Ende... Also wenn man... Man muss bis zum... Ich glaub bis zum Ende des Jahres. Also bis zum... Nee, gar nicht wahr. Man muss genau 30 Tage schaffen. Also... Halt im Dezember dann. John Sofa. Astoska. 83... 24.10. Fim Orwig Warner. Müsste eigentlich passen. Burton District. Ach ja, stimmt. Da gibt's ja noch Districts. Astoska. Und zwar... Ist der Burton District nämlich doch da, Burton. Orwig Warner. Passt auch. Okay. Ähm... Und entweder hat man dann halt mit diesem komischen Geheimbund, der theoretisch... Äh... Eigentlich auch so eine Art Terroristen ist für Astoska, wenn man es mal genau sieht. Ähm... Entweder hat man was mit denen gemacht, oder... Man war halt treu und... Ähm... Bekommt dann halt... Frei. Äh... Wieskelo, 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 wieskelo. Wie passt? Paradigina. Passt auch? Stokina Alexandra. Ich weiß nicht so genau, aber irgendwas gefällt mir daran nicht. Ah. Mach mal, mach mal. Nochmal Astoska. Da ist er. Comet Rex. Ich habe jetzt... Einen... Mh... Sieht eigentlich auch richtig aus. Ochtovahnis. Paradigina. Very good. Very quickly. Okay. Quickly return to messenger. Astoska is a great country. Poisoned by corrupt leaders. War has made God greeting and paranoid. Also, do not lose it. Okay? Ach du Schande. Ja, also sie sind halt der Meinung, dass die Anführer korrupt sind. Das passt auch, das passt nicht. Ach ja, hat doch richtig darauf gewartet. Okay, dafür kann man ja eingesperrt werden für Passfälschung. Mal gucken, wie gut ich abgeschnitten habe. Also, ich habe jetzt alle seltsame Nachrichten. Family needs Medizin. Oh, die alle kranken. Schön. Und ich habe aber kein Geld. Die sind hungry und ich könnte allen... Tja, dann müsst ihr jetzt heute mal mit Essen auskommen.